was geht ab freunde heute ist endlich wieder so weit wir kommen zu einer neuen apache reaction hier auf diesem kanal und zwar zu dem neuen song angst der hier gerade eben raus kam vor sechs minuten freunde wir haben gerade 23 uhr 23 das bedeutet das wird auch für dieses jahr die letzte reaction sein die online kommt ja aber heute um 0 uhr kommen auch wieder songs raus ich bin natürlich am start und werde auch da die videos machen freunde deswegen könnt ihr später gerne auch wieder vorbeischauen jetzt kommen wir zu dem song ich bin sehr gespannt ich weiß nicht wie lange es her ist dass das album rauskam aber kommen wir schon wieder vor wie eine ewigkeit und ja man ist geil dass endlich wieder neuen song von ihnen gibt freunde ich würde sagen wir starten rein hier viel spaß let's go okay man im video hat das schon wieder alles getoppt also ja man sieht jetzt schon video unnormal krass am anfang hier die skyline die man gesehen hat und jetzt hier das hier zum beispiel muss man ja auch sagen er hat in den musikvideos wirklich immer irgendwelche eigenen dinge gehabt einfach also irgendwas was kein anderer in der art irgendwie hatte er sehr davor seine eigene ästhetik wie man halt hier auch gerade sieht wie er hier in dieser pfütze badet und er blutet sogar sich gerade ich muss sagen die atmosphäre ist schon unnormal krank also bis jetzt generell song gefällt mir sehr gut geht auch etwas länger drei minuten 47 ich hoffe das video geht online wird nicht gesperrt es war bei ihm immer ultra kompliziert aber ja wir versuchen unseres unseres bestes digga genau unser bestes also kann sein dass man vielleicht das ein oder andere mal mehr pausieren muss ich will jetzt auch nicht zu oft machen aber ja ansonsten wie gesagt bis jetzt song sehr geil schnee hier alles mögliche drin also auch video mäßig wieder sehr heftig ich weiß nicht ne es erinnert mich auch an irgendeinen anderen song von ihm ich weiß jetzt gerade leider nicht welcher aber irgendwie so ich weiß nicht ob von der melodie oder von der ja was heißt betonung okay also scheint auf jeden fall zu laufen ich glaube er meinte irgendwas mit sieben unternehmen krass krass man ein festival knapp 3000 euro für eine show und ich schwör bei gott ist es nicht gelogen ich halte kurz diesen anruf für einen bro aus der jugend und dann sagt das management ich soll doch bitte nicht huernsohn sagen wegen siebenstelligen werbedief soll ich nie mehr huernsohn sagen doch was soll ich geil man er gibt einfach wirklich es ist einfach geil ne genau sowas ist finde ich kommen mega sympathisch rüber übrigens hier auch das mit den ganzen platten und so das wirkt auch alles also wirkt mega krass im video hier wie die hier alle rumstehen ähm ja was wollte ich sagen also ja das management verbietet ihm das zu sagen ihn juckt das gar nicht und er haut es einfach gleich in dem song hier mehrmals raus sehr nice zu einem huernsohn sagen was soll man zu so einem huernsohn sagen hier draußen ist es kalt so voller gewalt ich will nicht dass du um mich bangst baby doch selbst ich hab so ne angst baby muss auch sagen beat gefällt mir sehr gut wir gucken einmal ganz kurz hier in der beschreibung nach von wem der ist ah patsche beat produziert ah ok worst beats da war aber gar kein und lobus und mixo mcleod ok heftig ähm ja von worst beats war gar kein producer tag am anfang und von den anderen glaube ich auch nicht oder habe ich es irgendwie überhört keine ahnung aber ich muss sagen song gefällt mir mega gut also ich bin gespannt wie der ankommen wird ich habe nebenbei ich hatte die premiere offen habe natürlich nicht gehört oder so aber ja da waren einige leute die irgendwie meinten die werden enttäuscht klar gibt immer welche die bewertungen sind trotzdem sehr gut aber ich finde das mega guter song bis jetzt glaube ich mein favorite song von ihm war bläulich und den hatte ich glaube ich auch bei den hiphop.de awards als besten song ausgewählt wenn ich mich nicht täusche ich glaube schon also irgendwo habe ich auf jeden fall bläulich von ihm ausgewählt ich denke bei besten song eben und ja man also ich finde das vom wipe her ist wieder ähnlich krass irgendwie und auch das video also das hat an sich nichts miteinander zu tun aber so die ästhetik finde ich ist irgendwie bei beiden die gleiche und auch so diese dunkle atmosphäre eben auch beim video und ja okay krass also ja heftiges statement der anruf um 300k hat ihn nicht gejuckt und er hat ihn gehalten für einen freund aus seiner jugend also jetzt wiedergegeben ungefähr was er gerade gerappt hatte ja ich glaube apache ist tatsächlich generell auch so jemand der da wirklich sehr bodenständig an sich ist und ja ich finde das merkt man bei ihm auf jeden fall ist eine gute eigenschaft okay krass mal also wird auf jeden fall diesmal ein bisschen geflext hätte er bei universal unterschrieben hätte ich keine probleme dass die videos online gehen aber insofern sei ihm das gegönnt und ich muss mir ein bisschen mehr arbeit leider machen beziehungsweise was heißt arbeit aber ist halt auch für euch kacke wenn man ständig pausieren muss oder irgendwie teile vom song rausschneiden muss ich mag das selber nicht ich bin ehrlich ich mag das auch nicht aber ja es geht nicht anders ihr wollt ja irgendwo auch die videos sehen beziehungsweise es gibt irgendwo leute die diese videos tatsächlich sehen wollen und dann muss man das halt leider irgendwie ja rausschneiden und dafür sorgen dass irgendwie online kommt ich weiß es kommentieren immer viele leute wahrscheinlich haben viele bisher noch nicht mal das video angeschaut aber man kann leider nichts daran ändern also man muss das einfach rausschneiden sonst kommt das video gar nicht und ja entsperrt wird es irgendwie nie deswegen es geht nicht anders tut mir leid an der stelle aber ja also die story beim video ist auch wieder ich habe sie noch nicht ganz geblickt muss ich ehrlich zugeben insofern hier jetzt der typ gerade wollte einfach das kind erschießen und er hat die kugel abgefahren genau das meinte ich vorhin übrigens also da wird die stimme keine ahnung man das erinnert mich an irgendeinen anderen song von ihm aber sehr geiler beat auch einfach wieder schöner typischer apache beat also eigentlich der song ist wirklich genau das wieder mal was ich mir darunter vorgestellt hätte ich wurde auf jeden fall nicht enttäuscht ihr könnt mal kommentieren was ihr dazu sagt mal schauen ob am ende eventuell noch irgendwie eine ankündigung oder so kommt für album oder ja irgendwie sowas in die richtung wäre nice ich hoffe nächstes jahr mehr musik wieder von ihm wird denke ich mal kommen also bei ihm bin ich mir sicher der wird safe wieder ein album rausbringen und ja wird jetzt nicht irgendwie so ein move machen und jetzt irgendwie sich das nächste mal an silvester oder so wieder zurückmelden also ja wenn es hier nicht angekündigt ist hier noch nicht angekündigt aber das wird bestimmt kommen auf jeden fall dann ähm ja jetzt gerade noch nächstes jahr beziehungsweise vielleicht schon wenn das video online kommt dieses jahr okay warte wer ist das denn es steht nichts im titel wer das ist auch von der stimme her ich erkenne es nicht also es ist niemand den ich jetzt irgendwie anhöre glaube ich steht das in der beschreibung drin okay das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt muss ich sagen directed by okay kamera alles möglich aber das alles nur vom video okay keine ahnung man ich weiß ich wer das ist ich hoffe ich überles das nicht irgendwie ne tja okay also wenn ihr das irgendwie erkannt habt ich habe also ich habe mich schon gewundert warum shirin david im chat stand plötzlich aber da stand auch vorhin irgendwas von fortnite drin deswegen keine ahnung aber ja wenn ihr das irgendwie wieder erkannt habt oder so wer das ist dann kommentiert das gerne und natürlich shirin david ist das nicht also ich weiß nicht wie man drauf kommt aber nicht jede weibliche stimme ist gleich shirin david so tue ich nochmal an deinen seiten weichen und sie mich dann seh kann ist ein nices ende ist eigentlich cool dass sie das gemacht haben so ich feiere die idee davon aber ich muss persönlich sagen ich fand die stimme jetzt von ihr nicht so überzeugend irgendwie also ja keine ahnung wie gesagt wenn ihr wisst wer das ist dann kommentiert das gerne freunde das war's hier mit der letzten reaction für dieses jahr ich wünsche euch natürlich allen einen guten rutsch und ja wir sehen uns insofern eh wieder um 0 uhr deswegen lasst gerne ein like und abo da freunde würde mich freuen und dann bis später mit den nächsten videos bis dahin ciao